Das ist, wann ich so Mom Hill gespielt habe. Das ist ein Konzert heute. Jetzt ist es schon so 40 oder mehr. Und am Ende werde ich das so 100. Etwas mehr dazu. Aber du dich selbst? Ja, ich musste dich machen. Aber wie... Also das Video hast du nicht du demontiert? Die Repetition. Mit dem Mom, das hast du nicht du gemacht, oder? Nein, nein, genau nicht mehr. Das war um zu Anfang noch ein Video zu machen. Aha, das hat nichts mit dem zu tun. Nein, nein, genau. Aber ich möchte dir zeigen, dass ich normalerweise spiele ich etwas Jünger. Aha, ja. Und dann muss ich immer so. Und manchmal muss ich auch diese Videos spielen. Und dann muss ich mir auch so. Ich freue. Ja, ja. Dann hast du eine riesen Sammlung mit allen deinen Ausnahmen. Ja, genau. So, jetzt ist... Verbriffst du eine Auswahl, oder? Nein, keine Auswahl. Jetzt ist das schon mehr als 50.